Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem PW Review Kanal. Wir machen weiter mit unserer Uniformserie. Der Philipp hat euch ja die Uniform des Ersten Weltkriegs oder des großen Krieges vorgestellt und jetzt überspringen wir mal die Weimarer Republik und die Reichswehr und setzen direkt am Beginn des Zweiten Weltkrieges ein. Das ikonischste Uniformstück ist der neue Stahlhelm 1935 eingeführt. Hier in Apfelgrün mit der Tricolor auf der einen Seite und dem Reichsadler mit Hakenkreuz auf der anderen Seite. Wenn man den mal mit dem M16 Stahlhelm oder M17 Stahlhelm, je nachdem, vergleicht, ist er von der Höhe eingekürzt worden und auch der Schirm, wenn man den mal vergleicht, ist er nicht so lang und der Nackenschutz ebenfalls. Und natürlich die Belüftungsbolzen. Die Belüftungsbolzen genau wurden hier durch solche Lüftungsnieten ersetzt, da kein Stirnschild mehr angebracht wurde. Des Weiteren ist auch das Helmfutter erneuert worden und der Kinnriemen ist nicht mehr am Helm an der Glocke fest, sondern am Helminfutter und das ist so ein bisschen entkoppelt. Wenn ihr noch mehr über Helme wissen wollt, da haben wir auch ein extra Video dazu gemacht, wo die ganze Evolution mal gezeigt wird. Am Oberkörper wird die M36 Bluse getragen, die, wie der Name schon sagt, 36 eingeführt wurde, basierend auf der M34, eine Neukreation oder Weiterentwicklung der Reichswehr Bluse. Ist um einiges kürzer, hat Brusttaschen mit der Möglichkeit, diese aufzufalten, also wenn man sie öffnet, dann falten die sozusagen auseinander hier. Der flaschengrüne Kragen wurde 1936 eingeführt und die Einheitskragenspiegel ab 1938 sind aufgebracht. Hier bereits, wie gesagt, Einheitskragenspiegel, das heißt, die Waffenfarbe ist nicht mehr zu erkennen. Schulterklappen der Infanterie und was eben, wenn man jetzt sagt, 1936 wurde die Bluse eingeführt, was das eben ausmacht, dass das 1939 ist, ist das Koppeltragergestell 1939 in der frühen Ausführung mit versteckter Naht und hinten drauf auf dem Rücken, wenn man das mal sieht, ist das Infanterie Sturmgepäck oder der A-Rahm. Das war so ein Experiment der Wehrmacht, ein Zwischending zwischen Tornister und kein Tornister zu schaffen, sozusagen für den Sturmangriff. Das ist quasi sowas wie ein von der Kammer ausgegebenes Sturmgepäck. Genau, der A-Rahm ist dieses Stück Stoff mit den Haken, welche an die Zusatzriemen des Y-Riems und die oberen Aufnahmen, die für den Tornister auch geeignet sind, angebracht wird. Dann haben wir oben noch das Kochgeschirr. Hier haben wir die Zeltbahn. In dieser Zeltbahn ist eine Zeltstange. Man braucht vier Zeltstangen, vier Zeltbahnen und vier Zeltherdnägel, um ein Zelt zu bauen. Der Hering befindet sich hier drin. Das ist die A-Rahm-Kampftasche. In der A-Rahm-Kampftasche ist auch die Z-Leine, eine eiserne Ration und der Pullover und das Gewehrreinigungsgerät 34 drin, wie man hier sieht. Darunter befindet sich die Gasmaskendose, die ist im Gegensatz zum Ersten Weltkrieg von der Brust auf den Rücken gewandert. Ja gut, die konnte man im Ersten Weltkrieg auch auf dem Rücken tragen, aber man hat sie halt meistens in Bereitschaft getragen. Und ist hier mit so einem Zugband ausgestattet. Darin befindet sich die Gasmaske Modell 34. Über die Gasmaskendose haben wir auch schon eine Videoreihe gemacht und die Gasmasken an sich. Dann an der linken Seite des Soldaten befindet sich der Feldspaten oder das Schanzzeug mit dem Seitengewehr. Das Seitengewehr ist nun bedeutend kürzer, wenn man mal das mit dem Ersten Weltkrieg Seitengewehr vergleicht. Wir haben hier nochmal das Standard Seitengewehr der Deutschen Armee im Ersten Weltkrieg, das SG 9805, neuer Art. Und das ist natürlich ein ganz, ganz anderer Schnack. Das System oben ist dasselbe mit dem Drücker. Die funktionieren bei beiden gleich. Und ich glaube sogar die Aufnahme ist von... Ist identisch. Ja, also wenn man das mal in die Kamera halten möchte, die Aufnahme wurde beibehalten. Später wurden sogar die Griffschalen nicht mehr aus Holz hergestellt, sondern aus Bakelit. Und teilweise die Brünierung auch weggelassen. Das Ganze ist in dem Bayonettschuh eingeschoben. Hier noch in einer sehr frühen Ausführung mit dem zusätzlichen Halte, Halte, Leder, Band. Auf der anderen Seite befindet sich der Brotbeutel mit der Feldflasche. Wenn das Sturmgepäck nicht getragen wird, findet am Brotbeutel ebenfalls das Kochgeschirr Platz, welches ja im Ersten Weltkrieg ausschließlich am Turnister getragen wurde. Deswegen hat auch der Brotbeutel der Wehrmacht zwei Haken und zwei Schlaufen und ist auch an beiden oberen Schlaufen verstärkt, weil an beiden Schlaufen Gewicht hängt. Das wurde später auch weggespart. Wenn wir gleich hier bleiben, dann sieht man auch die Koppelhaken, die nun nicht mehr fest an der Bluse vernäht sind, sondern nur eingeschoben. Und im Inneren der Bluse wird ein Tragegestell eingeschoben, welches die Koppelhaken hält. Zu der Feldbluse an sich und dem Aufbau und das nochmal mit innen an sich, da haben wir auch ein ausführliches Video gemacht, wo wir alle Feldblusenmodelle im Nacheinander vorstellen. Die Bewaffnung ist der Karabiner 98 Kurz, K98k. Wenn man den mal mit dem Gewehr 98 vergleicht, sieht man bedeutend kürzer, abgeknickter Stängel und eine andere Visierung. Genau. Im Ersten Weltkrieg war nämlich noch das lange Visier verbaut. Also nicht, weil es lang ist, sondern weil der Erfinder lange mit Nachnamen hieß. Und man hat auch eine komplett andere, also man hat von ganz anderen Dimensionen damals gedacht. Beim Gewehr 98 fängt zum Beispiel die Visierung bei 400 Meter an. Da war man natürlich im Zweiten Weltkrieg schon ein bisschen weiter und wusste, auf was für Distanzen es realistisch ist, auf ein Mann großes Ziel zu schießen. Und daher ist die Visierung dementsprechend anders. Genau. Was man noch sagen kann oder erwähnen kann, ist halt eben zum Beispiel, dass beim Gewehr 98 das Korn noch blank war. Das hatte natürlich den großen Nachteil, dass wenn die Sonne drauf scheint, neigt man dazu, daneben zu schießen. Weil die Visierung sich optisch verändert und dann hält man halt eben entweder links oder rechts, je nachdem von wo die Sonne scheint, hält man halt daneben. Und dazu wurde später beim Karabiner 98 Kurz dieser Kornschutz aufgebracht, um quasi das Bescheiden durch die Sonne zu verhindern. Genau. Und natürlich auch um gegen Außeneinwirkung zu schützen. Damit er nicht verbiegt. Genau. Der ist ja auch scharf. Also wenn man... Der Putzstock gehört hier eigentlich auch rein, fehlt bei diesem Exemplar jetzt. Das ist jetzt ein bisschen lang, aber passt ebenso da rein. Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Gewehren ist die Aufnahme für den Trageriemen, der jetzt an der Seite befestigt ist, wodurch das Gewehr seitlich sozusagen getragen wird. Wenn man es jetzt... Genau. Eine detaillierte Entwicklung des Karabiners haben wir auch mit dem guten Hannes nochmal gemacht. Das könnt ihr euch ebenfalls angucken. Da geht es wirklich ins Detail und kleinste Veränderungen über den Karabiner werden ebenfalls erzählt. Es wurde natürlich nicht nur das Bajonett, das Gewehr und der Helmkürzer, sondern auch die Bluse. Wenn man also mal den Arm ausstreckt, sieht man, dass sie quasi bis über das Handgelenk hoch geht und auch hinten am Gesäß das Gesäß frei ist. Das hat einfach den Grund einerseits, da viel mehr motorisiert unterwegs die Soldaten waren, dass mehr Bewegungsfreiheit Vorrang hatte gegenüber dem Wärmeschutz, sage ich mal so. Und ein gewisser, heute würde man sagen, Look erzielt werden sollte. Und zwar war wahrscheinlich einfach modisch. Es war modisch so und es sollte auch der Eindruck entstehen, dass jedem Soldaten seine Uniform eigentlich zu klein ist, weil er ja so groß ist und eben dem Ideal der damaligen Zeit entspricht. Und deswegen sind eben die Ärmel und die Bluse an sich viel, viel kürzer, als sie eigentlich praktischen Nutzen hätten. Jetzt ein weiteres Relikt, sage ich mal, aus der Weimarer Republik ist die steingraue Hose, welche 1940 abgelöst wurde durch die Feldgraue. Eben bis auf den roten Streifen ist diese identisch zur Tuchhose. Tuchhose des ersten Weg. Genau, das ist das Modell, was 1924 eingeführt wurde. Und an den Füßen eben die Stiefel, Schaftstiefel, Maßstiefel. Ebenfalls sehr, sehr ähnlich zu den Modellen des Ersten Weltkriegs. Der Unterschied ist hierbei, dass die Naht nicht mehr an der Seite ist, sondern hinten am Stiefel, wie man hier sieht. Und der obere Teil des Stiefels aus Glattleder ist und nur der untere mit der Fleischseite nach außen. Des Weiteren ist der Hacken etwas anders gefertigt. Das ist jetzt also so die Ausrüstung, die bis 1940 getragen wurde oder bis 1940 ausgegeben wurde. Danach wurde sie weiter vereinfacht als erste große Maßnahme. Und das ist so die Uniform, die man zum Beispiel im Polenfeldzug und zum Frankreichfeldzug noch sieht. Erschließt sich dir alles? Ja, also ich finde das auch super interessant. Da ich ja nun durch die Zusammenarbeit mit PLW natürlich auch noch ein bisschen in die Versuchung gekommen bin, mich ein bisschen mehr mit dem Zweiten Weltkrieg zu beschäftigen, ist das für mich natürlich eine sehr gute Gelegenheit, sowohl selber was zu lernen, als auch euch nochmal detailliert zu zeigen, was man so getragen hat. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns erstmal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.